was geht ab was geht down leute ja herzlich willkommen ein neues detainer evolution video und heute wollte ich mal so ein bisschen wieder so ein interaktives ding mit euch durchziehen und zwar geht es darum welche helden würde ich empfehlen auf jeden fall im model 5 zu machen weil es am meisten sinn macht da schreibt gerne mal jetzt genau in den kommentaren bevor wir da reingehen und das starten welche ihr auf jeden fall denkt dass sie im o5 sich rentieren und lohnen und dann gleichen wir das ganze hinterher mehr ab und schreibt mal wieder ein bisschen in den kommentaren das hat mir letztes mal sehr gut gefallen das hat richtig spaß gemacht und wir gehen mal rein in die hell das gibt jetzt nicht fünf oder sonst irgendwas oder sonst irgendwie viel ich habe nicht durchgezählt aber ich wollte einfach mal sagen welche meiner meinung nach stand heute ich auch jederzeit wieder im o5 machen würde da ist angefangen schon mal direkt mit womegon und womegon würde ich auf jeden fall sofort wieder im o5 machen jederzeit lud nicht dominik auf jeden fall nord auch nicht unbedingt er ist nicht mehr so wichtig für mich momentan in meinem account status spiele ich ihn einfach nicht mehr daher nicht tarisch würde ich machen tarisch finde ich mega geil und würde ich sagen ja machen alles 100 prozent jainer auch auf jeden fall pandemonium auch hundertprozentig jahr motoko 100.000 prozent nein absoluter waste scheiße was ich da gemacht habe braucht man nicht alles ist das hat wie heißt sie nochmal erklär 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 100 prozent ja samuel auch auf jeden fall ja berlin ein kariolis würde ich empfehlen ja habe ich jetzt noch nicht bin ich noch nicht zu kommen wenn er nein helentes über die passiv was wenn man sie geht ja auf jeden fall leo stand heute nein barock stand heute vielleicht siff ja daniel stand heute man kann ihn ja auch jetzt weiterentwickeln ja ampu im o5 im o5 jain rickard nein tachikoma nein sie miranda nein doralee nein riser ist auf gar keinen fall akaria vielleicht nein ja auf jeden fall fiona und der rest res ja und sonst nein 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 ja 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 wenn man es irgendwann mal so viel geld hat ja 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 auf jeden fall würde ich machen würde ich machen wenn ich die ressourcen hätte ja das ist meine liste also ihr seht ganz viele jahre das würde ich machen aber viele die ich auch gemacht habe würde ich nicht noch mal machen und bereue ich dann im endeffekt auch so gesehen ja leute das wollte ich euch kurz ganz knackig so schnell wie möglich einfach meine einschätzung dazu geben hatte keine lust jetzt da ein elendig langes video rauszumachen und irgendwas zu verschnörkeln warum weshalb weswegen ist einfach so in dem sinne wünsche ich euch das beste viel spaß und wir sehen uns beim nächsten video peace euer resan 1 1 1 2 2 3 4